So, jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, falls ihr neu seid und noch nicht abonniert habt. Ich zeige euch immer jeden Morgen den neuen Fortnite Shop und damit meine ich wirklich jeden Morgen. Also wenn ihr jeden Tag wissen wollt, was so im Fortnite Shop drin ist und ihr keine neuen Skins mehr verpassen wollt, dann könnt ihr diesen Kanal hier einfach schnell abonnieren. Einfach mal jetzt schnell runter scrollen und auf Abonnieren klicken. Und dann würde ich sagen, labern wir nicht weiter rum, kommen wir direkt mal zum heutigen Fortnite Shop, wo sich wieder beide Seiten geupdatet haben. Und ihr seht schon, wir haben ziemlich viele alte Skins drin. Bis auf Armadillo auf der rechten Seite haben wir eigentlich fast nur ziemlich alte Skins, weil ich glaube, sie haben es sogar hier in den Neuigkeiten angekündigt. Genau, hier bekannte Gesichter, also Fortnite hat es anscheinend mit Absicht gemacht, dass heute mal, ja, so ein paar ältere Skins drin sind. Sonst jetzt leider nichts Neues, vielleicht updatet sich der Shop ja nochmal heute im Laufe des Tages, denn heute ist ja dieses große Avengers-Event wegen dem neuen Marvel-Film. Und vielleicht bekommen wir da irgendwelche coolen Marvel-Skins rein, so einen Spider-Man oder einen Iron-Man in den Shop rein oder einen Thor-Skin. Denn, sollte das der Fall sein, sollte sich der Shop updaten, werde ich euch natürlich sofort ein Video dazu machen. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt, wie gesagt, hier schnell die Glocke aktivieren. Einfach kurz runterscrollen und dieses kleine Glockensymbol anklicken. Dann bekommt ihr mal eine Benachrichtigung. Sobald sich der Shop updatet, wisst ihr Bescheid. Also lohnt sich auf jeden Fall hier auf dem Kanal die Glocke zu aktivieren. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal hier mit dem Raptor-Skin. Wie gesagt, ein ziemlich alter Skin schon. Auch der Backpack. Ich glaube, das war der erste richtige Backpack, der so im Shop verfügbar war. Da dazu haben wir noch die Party-Löwen-Hacke, auch ziemlich alt schon. Diesen Sound klingt auf jeden Fall cool. Ist halt extrem teuer für 15 Euro. Das ist halt echt schon ziemlich krass. Aber für mich gehört das irgendwie schon so zu vorne dazu. Das hat so Nostalgie, wenn ihr wisst, was ich meine. So auch Farbbomber hier. Extrem alter Skin habe ich früher fast nur gespielt. Auch die Regenbogenwucht, ein meiner Lieblingshacken. Und dann noch die Kuschelbeauftragte mit ihrer ziemlich coolen Schleife. Und dann noch dazu die Kuschelkrallen. Okay, die ist jetzt relativ neu. Die wurde erst vor wenigen Wochen hinzugefügt. Mit diesem Sound. Ja, klingt nicht ganz cool. Ja, die ist noch nicht so alt. Der Rest hier, wie gesagt, ist schon ein bisschen älter. Machen wir weiter nämlich mit der rechten Seite. Wie immer könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Mal schauen. Vielleicht schafft ihr heute die 3300 Likes. Schafft ihr das? Und dann machen wir ja weiter mit der rechten Seite. Erstmal Poplock. Okay, das sieht mit dem Holzbein natürlich ziemlich komisch aus. Ja, ist in Ordnung. Dann die Spektralhacke. Fand ich mal ziemlich cool. Habe ich sehr gerne früher benutzt. Inzwischen spiele ich sie kaum noch. Als nächstes der Amadillo-Skin. Heute der neuste Skin im Shop. Auch wenn er schon jetzt inzwischen etwas älter ist. Ist für den Preis auf jeden Fall ziemlich cool. 800 V-Works für den Skin gehen absolut klar. Dann noch die Arctic Assassinen. Habe ich früher auch extrem viel gespielt. In einer der ersten Skins in Fortnite, die es überhaupt gab. Dann noch auf großem Fuße. Mit einer freshen Melodie. Und im letzten Slot dann die Punktlandung. Für 500 V-Works leider halt ohne diesen coolen Motorsound. Der halt leider gestern hatte ja den Motorsound drin. Deswegen würde ich mir eher den anderen holen. Und jo, das war es dann auch schon zum Holding von dein Shop. Wie gesagt, falls ihr neu seid, lasst natürlich gerne ein kostenloses Abo da. Einfach kurz runter scrollen und auf Abonnieren klicken. Und ja, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier seht ihr noch übrigens den Gewinner von gestern. Ich hatte gestern wieder 2000 V-Works verlost. Und jo, dann auf jeden Fall haben wir einen entspannten Tag. Wir hören uns vielleicht nachher wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.